Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Am 7. und 8. Februar fand ein Kindercamp auf der Plaza Chaco Boreal statt, welches von der Freiwilligen Feuerwehr Neuland organisiert wurde. Hier lernten Kinder in verschiedenen Spielen den Umgang mit Notsituationen und die Vorbeugung von Unfällen im Haushalt. Die Kinder wurden in drei Altersgruppen aufgeteilt, in denen sie an den verschiedenen Aktivitäten teilnahmen. Etwa 75 Kinder nahmen an diesem Event teil, so Rodolfo Baez, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neuland. Am 17. Februar besuchte uns eine Gruppe Ukrainer, um unsere Genossenschaft kennenzulernen und sich Neuland anzusehen. Durch eine kanadische Stiftung, die das Genossenschaftswesen in der Ukraine fördert, kam es zu diesem Kontakt. Unter anderem besichtigte die Gruppe auch unser Altenheim, wo sie zu ihrer Überraschung noch in der Ukraine geborene Pioniere antrafen. So konnten auch noch einige Worte in ihrer Heimatsprache gewechselt werden und man sang zusammen ein Lied, das die Pioniere noch aus der Ukraine kannten. Sat Grinit, Janku Kapat! Untertitelung des ZDF, 2020